hallo ihr lieben herzlich willkommen bei meiner rezepte heute zeige ich euch das rezept für shakshuka was ist eigentlich shakshuka ist ganz einfach frittierte gemüse mit einer leckeren tomatenkrupplauchsoße das ist etwas was ich in der türkei sehr sehr gerne esse das wird auch hier oft gegessen und schmeckt richtig super super lecker was wir dazu benötigen sind aubergine kartoffeln paprika pepperoni schafe zucchini alles was man an gemüse finden kann ihr könnt natürlich auch karotten nehmen und natürlich vier fünf tomaten ich habe keine tomaten mehr mein mann ist gerade losgegangen und holt mir welche und knoblauch natürlich ich werde von den pepperonis einfach die steele abschneiden und einmal durch schneiden damit beim frittieren das fett nicht spritzt und hier habe ich zucchini guck doch mal wie klein meine zucchini sind die zucchini die werde ich gar nicht schälen ich schneide einfach hier den stiel ab und dann entweder in lang oder innen runde stöcke je nachdem wie ihr haben möchtet ich mache jetzt einfach runde stöcke draus die aubergine die werde ich einfach teilweise schälen und kartoffeln aufschälen ich werde mit den kartoffeln anfangen zu frittieren die habe ich natürlich schön abgetrocknet damit das fett nicht spritzt die aubergine die habe ich auch schön abgetrocknet so die kartoffeln sind schon gar die reihenfolge ist natürlich völlig egal was ihr als nächstes frittiert die aubergine die nehme ich jetzt auch raus so die aubergine die nehme ich jetzt auch raus tomaten vielleicht mache ich auch vier weil ähm mit vielen tomaten wird das gemacht ich werde die tomaten einfach schälen und klein schneiden Ich habe hier 6-10 Knoblauch, weil Knoblauch hier nicht so intensiv schmeckt wie in Deutschland. So gebe das dann einfach in die Tomaten noch mit hinein. Schmeckt das mit Salz ab. Und gebe dann Olivenöl noch mit hinein. So nach Gefühl. 2 Würfel Zucker, ihr könnt dann so einen Teelöffel nehmen. Und lasse das Ganze dann so ca. 15-20 Minuten köcheln. Das duftet hier bei mir Leute. Zucchini habe ich auch rausgenommen. Zuletzt habe ich dann die Peperoni rein getan. Eine Tomatensoße. Also die Tomaten müssen richtig weich werden. Und die Peperonis, die sind auch schon frittiert. Die kommen dann auch noch darüber. So jetzt kommt die Tomatensoße drauf. Es ist natürlich jetzt heiß. Ich muss einmal hier mit Küchentuch anfassen. Natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Das müsst ihr unbedingt mal machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und sage Tschüss bis zum nächsten Video.